Der kommende Fahrtag der Döbelner Pferdebahn ist ausgebucht. Die Schulanfangsaktion habe eingeschlagen wie eine Bombe, teilte der Verein mit. Leider stehen nur 16 Sitzplätze pro Fahrt zur Verfügung und der Verein kann nur eine begrenzte Anzahl Fahrten je Tag durchführen, heißt es weiter. Für den kommenden Fahrtag am 5. September erwartet die Pferdebahn neben den zahlreichen obligatorischen Gästen auch Schulanfänger, die mit einer ganz individuellen Zuckertüte zum Schulanfang beglückwünscht und zu einer Fahrt eingeladen werden. Laut dem Verein haben einige Gäste schon auf den 3. Oktober umgebucht.